Dokumentenscanner ähneln in ihrer Bauweise am ehesten einem klassischen Faxgerät mit automatischem Vorlageneinzug. Das heißt also, dass Sie die zu scannenden Seiten oben im Gerät einlegen können und der Scanner diese dann automatisch einzieht und verarbeitet. Sie können allerdings mit einem Dokumentenscanner in der Regel keine gebundenen Medien wie Zeitschriften oder Bücher scannen. Bei einer losen Blattsammlung punkten die Geräte allerdings mit großer Geschwindigkeit und Bedienkomfort.